meine sehr verehrten damen und herren herzlich willkommen zurück bei assassin's creed torsten weiß nicht was er tut folgendes begab sich ich habe mich auf die suche gemacht danach wo ich den letzten templar hand finde der mir fehlt um uns zugriff auf die templar rüstung templar aber zu gewähren und mir wurde gesagt wenn ich sage mir wurde gesagt bedeutet dass ich habe in der gegend rum gegoogelt ich habe in der gegend rum gegoogelt und alle texte die ich zu dem thema gesehen habe und alle videos fingen damit an naja hier castillo de jaguar ja so da in der nähe was macht torsten also torsten hing ja in havana rum torsten sagte sich hier ist ein fort und kehrer muss wahrscheinlich dieses fort einnehmen und um da vernünftig hinsegeln zu können dass man den fort hier vorbei ja also habe ich mir erst mal dieses fort hier genommen und dieses fort eingenommen wenn ich hierüber gesegelt habe dieses fort eingenommen und habe dort aber keine keine kein templar hand gefunden war sehr enttäuscht sagte mir dann vielleicht brauchst du eine insel in der gegend also bin ich ein bisschen nach unten gefahren nach pinos eil und habe das auch irgendwie komplett abgegrast aber da ist auch kein templar hand so stellt sich heraus dass eigentlich der ort hier unten gemeint ist cayman sound dort finde ich den letzten templar hand wie man in diesem symbol sieht ich bin auch schon mal dahin und habe auch schon mal die ganze insel abgegrast auch schon gemacht so jetzt ist die insel fein und mir kommt hoffentlich nichts in die quere und ich weiß bis jetzt denn nicht woraus der tempel hand besteht wenn ich mir angucke dass das auf einer kleinen insel stattfindet gehe ich mal ganz stark davon aus dass wir dann etwas mit dem schiff machen ja 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 opia oh easy m'lady jag ach Glory hast du in nhưng es ja ich ja schwer temper ich ich Also looking for a key. I figure I help you. You let me keep the key if it turns up. Right. You're offended. I'll go. We will challenge you to a hunting contest. Gather more skins than us, and you win. Easy. Let's go. That was just luck. That's not fair. Consider it motivating. What makes you believe me, Tass? Us. He has us. You will never win! We are in questing. Stop your hunting. It's not in your blood. You will never win. See, senpai. You'll always be faster! One more for you, but I'm not worried. What makes you believe you can be tough? You're persistent, but I will always be faster. Oh, I don't know. Oh, I don't know. Oh, yeah, yeah, yeah. Fuck, fuck. Shit. Ich drück doch, ich drück doch, ich drück doch, ich kann die Knöpfe drücken. Ich kann, oh Gott. Super. Das ist doch mal wieder eine schöne Spielerfahrung. Das ist doch mal wieder. Das ist doch mal wieder. Das ist doch mal wieder. The White Jaguar. A fine catch. You have more than proven yourself. We accept your help. With what? Look. Frigate. Why? Is there anything out there but fish? No. Those are your Templars. You have a ship and a pale face. Vessel and passport. Meet us at Grand Cayman to help us investigate. Fightin. Instant. Facebook. Ah. Let's go. White. Jacket. Happy. Und dann möchten wir da hinten rüber zu dieser unentdeckten Geht die Mainstilts in die Wind! Lose die Mainstilts! Halft sails! Halft sails! She'll take it! Douse the Royals and Tophs! Loose all! Lads move! Aloft lads! Loose the Royals! Lads move! корп Ninja 60 Jроде Lads move! Das ist Das war's für heute. Das ist ein Wunder, Captain! Douse all but manes! Gammond-Hearty-like! Bring them up tight! You've found a social chest. You have shared them with me. That storm's from the bowels of hell! You have shared them with me. You have shared them with me. You have found that St. Grant came into the front. I'll tell you. You have pushed me to the front. Opia! Opia! And how are we today? Surprised! We did not think you would keep your word. Tell us! Why do you expect to find your magic key here? It holds an irresistible attraction to Templars. If that is who bought these ships. We don't know what the Templars could want here. These people lead simple fishing lives. Or perhaps not so simple. I'll go and have a mingle. See what we can find out. Böse! I'll see what they actually have taken to. I'll need your boy again! Like until final... Too many guests! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wer dich das nennt? Oh, keine Angst. Angst? Ich bin nicht Angst. Ich zeige euch die Beile, wenn du möchtest. Senorita Marquez ist der right-hand Mann Vargas. Sie hat es selbst selbst. Sie benutzt sein Haus als ihre Headquarters. Ich habe sogar sie dort, als ich den Fisch verabschiede habe. Verstehst du? Alvin ist nun praktisch nobility. Ein Fischemann? Ja. Sie sind nicht so schnell. Sie müssen das, als er sagt. Sie müssen schlafen. Sie müssen das, als er sagt. Ich bin dran, Frau. Sie müssen immer wieder ein. Ich bin dran, ich bin dran. Schauspieler? Huzzah! Of course. I mean. Oh, ich bin ehrlich. Okay. Das war's für heute. Ich habe mich überhört diesen Namen. Marquez, Freund von deinem. Ihr Name ist das von der Mann, der das Verlager hat. Wir waren und verloren, aber der Leiter nicht war, um seine Glück zu erinnern. Du denkst, dass diese Frau ist? Wenn sie ist, dann sind wir nicht sicher. Die Behandlung, die wir verabschieden, gibt es ein Mann in ihrer Arbeit. Bargis. Ich habe gesehen. Ich weiß, wo es ist. Lass uns den Bait-Boy ein besuchen. Find out, was er weiß. Follow us. You must try to understand what it is at stake. I've got some idea. No, it's more than your key. There are those who say that Aino are already extinct. We will never be extinguished. Our fight continues. Here it is. The home of Pargas. Hide. We'll use the element of surprise to our advantage. Conceal yourself. Hola. State your business. I hope for an audience with Senorita Marquez. I hope for an audience with Senorita Marquez. Chase him! Edward, was machst du unser Häuserwand? We will never die. I will never die. We can see the rest of the house. Hi. What a strange fellow! Yeah, yeah. wir kommen mit es gibt Gott ihm! Forte his ship! Forte him, and make him talk! What are you waiting for? Forte it! Please! Restraint that fellow! Out with it, lad! Where's Marquez? Why is she here? She's already left for Juventude. Find her there if you must. Her army will teach you a lesson. Juventud is the island of our enemies. If Lucia Marquez has come there, it is certain we are her target. How many enemies do you have? When you're hunted, it sometimes seems that every stranger is an enemy. On Juventud we have been a truce since the death of the first Marquez, but this woman could reignite our dispute, if her price is high enough. Ah, can't have that. I take this ship. Meet me there if you still want your key. Meet me there, heist? Wo? I don't know who Juventude is. I don't know who Juventude is. I really don't know. Warte mal. Äh. Das ist natürlich jetzt einigermaßen unangenehm. Wirst du eine Insel sein, die ich noch nie vor der Nase gehabt habe. Ph.D. Was ich machen werde ist, dass ich gleich schnell das Unterfunker ein Mal. B.I. Ja. B.I. What do you want? Was ich machen werde ist, dass ich gleich schnell das Unterfunker ein Mal. Warte mal. Ja. Ja, nein. Zub touren. Warte mal. Ach. G.V. G.V. Das war ein Versehen. Das hier müsste es sein. Ja. Ein Glück. Okay, das ist etwas, was ich doch schon mal geschaut habe. So, und zwar möchten wir da oben irgendwo hin. So, ich kann jetzt rücken. Okay. So, ich kann sie rausziehen, und ein Final End zu her. Let's see where this lad goes. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020